Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute steht abfahrbereit der P3325, ein Eizug von Ulm nach Friedrichshafen, zusammen mit unserem neu erworbenen Eizugwagen der Baugruppe 30 und 36. Und vorgespannt ist eine Ulmer 03, die den Zug bis Friedrichshafen ziehen wird. Viel Spaß mit dem Video. Like und Aber nicht vergessen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ein Like da und abonniert. Das wäre fein. Ciao.